Wenn ein Direktor der Siener produziert die Emozion, die im Fußball betrifft, dann wäre ein Direktor der Siener der Welt der Siener. Man kann sich weinen beim Fußball, viele Männer schaffen das zu Hause nicht, wenn ihrem Kind etwas passiert, aber beim Fußball weinen sie. Bringt mir jemanden, der sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Wie hat er das geschafft, von Geburt bis heute sich diesem Irrsinn zu entziehen? Oder wenn ihr euch auf dem Fußball betrifft verstanden habt? Um, dann schaue ich euch an, wenn ihr euch aufs Liedsruhe macht. Ich bin ein Fahrzeug.